Äh... äh... Wo... was? Und... nein! Nein, frag doch erst gar nicht, Anja! Ja! Na und klar, mal nicht vergessen, stinkt hier! Hase, du, alle, kannst du dir nicht so ne Frage stellen! Ne, brauch ich nicht! Bilder im Kopf? Ja! Äh... Auweia! Das ist ja fast so, als wenn ich Opi mit ins Bad nehme und dann nachher die ganzen Nacktmulle im Kopf hat! Ja, ich hab äh... Äh... nein, Ines aus... Ich hab nicht gesagt! So ein zwei Meter großer Nacktmulle! Nein! Ein Yeti ohne Fell, äh... Ist genau wie ne Katze ohne Fell! Ekelhaft! Die armen Viecher! Ist nicht ekelhaft, Anja! Ist nur fürchterlich, äh... So verwirrend und... Verstörend und... Albträume schaffendes Zeug! Mhm! Die Katze sind aber die teuersten! Ja! Die ohne Fell! Ja toll! Ja toll! Die mit... Die... Die mit... Die mit... Die mit ohne Fell! Oh, schreit doch nicht so ins Mikro, Thorsten! Die mit ohne Fell! Die mit ohne Fell! Oh, schreit doch nicht so ins Mikro, Thorsten! LS2x09! Wie hast du den anderen Kollegen oben rechts eingebunden? Ist das über Disco, Bildschirm und Fragen? Guten Abend! Jawoll! So wird das gemacht! Ja! Die auch einen wunderschönen guten Abend gewünscht! Der Kollege ist allerdings eine Kollegin! Das macht nix! Ja, was denn? Sind aber faltig, Thorsten! Ja, das macht beim Thorsten nix! Der ist auch faltig! Es gibt auch Hunde, die Falten haben! Ja! Wie heißen die Dinger nochmal? Scharpai oder so? Nein! Falthunde! Achso! Ja, die werden dann zusammen gefaltet! Also sag doch gleich Origami! Origamihunde! Ja! Wie lange brauchen die denn, um gar zu werden? Also ich hab noch nicht ausprobiert! Keine Ahnung! Versuch's mit einer Stunde! Nein, wir haben eine Stunde 17 Minuten! Gut, dass wir keinen Faltenhund haben! Ja, wir haben einen Herbie, das reicht doch, oder? Und wir haben einen Thorsten! Ja! Und einen Ines! Alles klar! Ja bitte, bitte! Die schauen aus wie die Zieher Monika! Ja! Wer? Die Hunde! Die Faltigen! Hörst du nicht zu, Herbie? Ist der Computer? Nö! Ich sag immer, die sehen aus, als wenn sie für ihr Fell zu groß sind! Nee! Die sind klein! Zu klein! Ja, okay, zu klein! Entschuldigung! Oh, das Fell ist zu groß für die Hunde, ja! So rum wird ein Schuh draus! Genau! Oh! Hunde haben keine Schuhe! Deswegen! Nein! Oh, der ist falsch! Hunde haben wohl Schuhe! Vor allem die Huskies, die kriegen Laufschuhe an! Hunde, krieg ich die Zunge raus, gestreckt von Herbie! Danke, Herbie! Bäh! Selber! Bitte! Heißt du, Herbie? Also Anja, heute mach ich nicht den Fehler und fang noch ein Feld an, ne? Nee! Nee! Ich mach nicht wieder über drei Stunden! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! 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 Also, nur zwei Felder! Was? Was denn? Du wolltest doch noch das 43er anfangen! Können wir aber nicht! Weil dann eine Nacht zwischenliegt, dann haben wir das Problem, dass wir nicht mehr walzen können! Wir haben doch jetzt nur Unterstützung, okay! Boah, wir sind hier an zu betteln! Ich glaub's nicht! Ich bin aber noch nicht fertig! Ich bin mit Düngen noch nicht fertig! Also fertig bist du schon seit Jahrhunderten! Na gut, dann... Das muss gut sein mit dem Feld hier heute! Heute... Jetzt wird's... Jetzt wird's... Jetzt wird's bockig! Nein! Knatschig! Jetzt nimmt's dann... Ja, wollte ich grad sagen! Jetzt nimmt's dann knatschig zu werden! Und der Thorsten kann dieses Feld dann auch düngen, wenn wir fertig gewalkt haben! Ja! Er hat ja nur noch zwei Prozent drin! Ja, ich muss nachfüllen! Oh! 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 Wir sind ja auch noch nicht fertig mit Walzen! Ja! Kein Überladewagen! Sowas aber... Es gibt dafür keinen Überladewagen! Oh! 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 Das müssen wir mal erfinden! Ein Überladewagen für Dünger! Ja! Ja, da werde ich heute mal früher schlafen gehen! Nur noch ein bisschen was! Passt da geht! Anja, mach die Augen auf! Die sind auf! Ja, das könnte ich nicht weiter sehen! Wappen träumst du dann? Wieso? Ja, ich geh' heute dann mal früh schlafen, sagt sie! Mhm! Mhm! Ja! Welchen Traum hast du denn satt gefunden? Äh, im Schlummerland? Ach so! Ja, zumindest nicht in Lummerland! Opi! Bitte! Aber könnte aber einen Mineralüberladewagen geben! Hm! Ja, es könnte einen geben! Da hast du recht! Ich habe noch nie im Internet danach gesucht! Ne, das Teil... Die Teile, die wir haben da, die nehmen auch Mineraldünger! Was? Ja! Zumindest ist das Zeichen da! So, so! Da, wo der Kalk drin ist und so weiter, die können auch... Ach so! Hier bin ich falsch! Mineraldünger! Das ist ganz hinten! Lüberladewagen! Wo haben wir sie denn? Da! Lüberladewagen! Oben! Ganz oben! Wieso oben? Oben! Oben! Ja! Und dann ganz nach hinten! Und dann warten! Und dann kommt die... Läuft das! Und ganz hinten ist eigentlich das... Jünger! Ganz ganz hinten, tatsächlich! Wir haben den Holmer, gell? Mhm! Ja! Also der könnte eigentlich... War nur ne Idee! Das mit dem Blatt ist... Das mit dem Blatt ist Dünger, ne? Ja! Ja! Mord... Dünger... Haben wir schon Weißen? Ne, ne? Nein! Dünger... Weiß... Weiß ist doch Kalk! Nein! Nein? Nein! Auf dem Hof steht ein roter... Ein... Ein grüner! Ein grüner! Ja! Und der wird weiß! Der ist dann für den Dünger! Kaufen! Ja! Okay! Zurück! Und dann noch das unterstellen! Kombination hat er gar nicht! Ähm... Gehen wir hier hin! Gehen wir hier hin! Machen wir das so! Kombination! Da haben wir... Hast du auch die, äh... Erweiterung gemacht? Nein! Habe ich nicht! Muss dann nochmal geändert werden! Nicht dran gedacht! Macht ja nix! So, es gibt jetzt einen Überladewagen! Den kannst du dann mit... Dünger... Auffüllen! Danke, Opi! Bitteschön! Und schon wieder Kohle weg! Danke! So werden wir nie zu unserem Feld kommen! Der Kerl kostet nicht ein Geld! Ist nicht zu glauben! Nee, 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 nee! Jeden Morgen kommt da an, wenn wir 5000 Kilo Eis haben zum Frühstück! Immer! Immer das gleiche! Gibt kein Eis! Grammy wach werden! Ich bin wach! Ich man apfeln! Ich bin wach! Du bist wach. Vipo muitos? Ich bin wach! Gut! Ja, man hört dich noch nicht mehr. Jetzt sag nicht wieder ich hört zu. ich musste eben gerade mal was erledigen e-mail schreiben schneeball schlacht dankeschön guter tiktok link danke 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 ja auf tiktok brauche ich tausend follower damit ich dann gleich gleichzeitig streamen kann also haut rein dass ich da follower krieg los jetzt ich darf nämlich von twitch aus gleichzeitig auf tiktok stream die facebook link danke nö doch was heißt denn hier nö so ein schlückchen kämpfchen kämpfchen schlüpchen und nach dem nächsten wasser marsch gehe ich auf jeden fall kaffee holen das bin ich schon kaffee holen gewesen wunderbar dann aufs tiktok bezogen ja heute morgen hatte ich mal eine kurze phase da war mir ein bisschen übel besser als dübel ne ich wollte nicht in der mann verschwinden follower auf tiktok aha da muss ich nur gucken über welche software ich das regeln werde weil dann kann ich vielleicht den chat von tiktok hier auch mit einbinden den kann man dann nur auf dem monitor lesen den tiktok chat werde ich eigentlich stiefkindlich behandeln soll dann nur mit laufen da hat er in der brust gesagt oh wasser marsch das gibt gleich neue frischen kaffee neben wasser marsch machen ja zum wohl du kannst das über obs einstellen ja es gibt aber auch es gibt aber auch eine software dafür für multi streaming dafür brauche ich wesentlich weniger leistung weil es wird nur ein signal raus gesendet und alle anderen kriegen das mit ab und ich kann den chat dann besser einbinden kaffee hinterher und man ist das ist anja aus steroide was auch man das habe ich gedacht ich krieg wieder meinen schönen papageien ja ich bin mal im fließen lager ja ich gehe kaffee holen bis gleich viel spaß torsten lassen sie den torsten hier allein nö 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 die... Ach ja, mein Glurak auf Steroide. Ja. Geppa hat beobachtet. Ach, die Dracula-Augen wieder. Stinktier sagt Opi, schau mal DC Discount. Aber Opi ist nicht da. Mach da nachher. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!